Look da! Müsst ihr eigentlich warten. Ja. Das geht jetzt ratzfatz. Das heißt, wir warten da jetzt nicht. Wir sehen uns dann, wenn wir fertig haben. Bis gleich, Leute. So. Jetzt haben wir das fertig. Ganze Sprengstoff. Sprengpulver. Brauchen wir jetzt erstmal nicht. Jetzt gehe ich mal wieder zum Lehrer. Na komm. Kumpel. Du bringst mir nur das bei, was ich brauche. Kupferbolzen. Tschüss. Schmiedehammer. Den werde ich bestimmt hier auch bekommen. In der Schmiede. Rüstungsschmied. Rüstungsschmied. Rüstungsmacherin. Schmiedekunstgeselle. Was braucht ihr? Was braucht ihr? Was braucht ihr? Wie kann ich euch helfen? Dabu. Dabu. So, da brauchen wir jetzt bis 50. Also, 10 Stück. Bäm. 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 Die können wir jetzt schneller abwarten. Dring. Ding. Ding. Ach, weißt du was? Wir sehen uns gleich wieder. So. Sind wir jetzt auf 50. ich. Äh. Ja, bitte. Du mich aus. Das. Den. Den. Und den. die bombe kannst du behalten so da machen wir uns jetzt erstmal einen haben wir hier neues werkzeug sagt um werkzeug da macht man kupferröhrchen und zwar brauchen wir kupferröhre bis 5 und 60 2 3 4 5 und 60 so bämm 3 So. Jetzt haben wir es gleich. Die gehen ja recht flott. Und jetzt brauche ich für die letzten paar Beine jetzt auch nicht mehr. Großartig ähm vertüdeln. Sage ich jetzt mal. Küpferröhre aufheben. So. 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 Geil. Sieben. Kupfergewinn. Fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Bleibt gut drauf. Ihr habt hier keinen Anbuss, nicht wahr? Ne, ne. So. So. Und nochmal fünf Pünktchen. Dann wird das jetzt eine Skill-Folge, aber weit kommen wir eh nicht mehr, denn danach brauchen wir schon grobes Sprengpulver. Jetzt müssen wir mal kurz gucken. Wie viel brauchen wir große Bahn? 55. Oh, Junge, Junge, brauchen wir ein paar mehr. Also, dich brauche ich auch nicht mehr. Das heißt, die ganze Tasche kann ich hier verticken. Die da. Perfetto. Da gehen wir natürlich rein, Leute. Spetshell. Spetshell-Ambuss. Pfff. Spetshell-Ambuss. Gau. Das, war ich sehr dumm von mir. Ich hätte auf Ignorieren klicken sollen. Und ich weiß auch nicht, was ich schon wieder deaktiviert habe. Oh, nö! Okay, egal. Ein bisschen drin. Alter Rack. Was habe ich deaktiviert? Wahrscheinlich Pred, oder? Ja, Pred. Pratt wurde deaktiviert. Wo ist es denn? Ja, mit Pratt kommt da irgendwie nicht klar rum. So. Leute, dann überspringen wir jetzt mal ganz kurz die... Freuen wir uns Zeit und wir sehen uns wieder, wenn wir losreiten. So. Auf geht's! Nö, 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 nö. Sonderbar. Wir hätten hier hinten ein paar Quests zu machen. Die können wir dann... Die machen wir dann auch mal. Wir können hier... Alter. Wir können hier drin mal die ganzen Quests machen. Das ist so schrecklich Ähm Denn da gibt's dann auch ein Schmuckstück Da gibt's ein Schmuckstück Jetzt muss ich mal grad mal kurz gucken Ähm Feiten die hart Wollen die hier hart rumfeilen Für den Düden Questsbelohnungen Abzeichen der Frostwolf Rang 6 Episch Frostwiderstand Alle paar Sekunden Stellt das Gesundheit wieder her Die Chance ein Angriff hast zu welchem 2% Und bringt euch mit rechts Klick Ja Ah Mein Kill So Wumm Ich bin außer Reichweite Hallo Greifst du den mal an? So So Bums Armes Pet Okay Zack Fuck Shit Shit Mein Gott So ein Lästiger So ein Lästiger Ich brauch Mana Ich muss mich mal ganz kurz setzen Und Mana tanken Jetzt ist mein Pet Jetzt ist mein Pet tot Das muss ich wiederbeleben auch So So Okay Okay So So 700 Kriegt er das irgendwie zusammen? Nee. Shit. Ich komme da halt nicht drauf klar. Das muss so sein. Das funktioniert so nicht. Da oben. So. Ich will hier fighten. Ich will sehren. Scheiß gerade. Ich will sehren. Ich habe kein Mana. Ich habe kein Mana. Ohne Mana kann ich nicht kämpfen. So. Ich will sehren. Und ich will sehren. Das ist der Weg. Fickadist. Shit, die schießen halt auf mich. Oh, ist das kacke. Oh, ist das schon wieder kacke. Oh, ist das schon wieder kacke. Oh, ist das schon wieder kacke. Okay. So. Boom. So. Daaaah Daaaah Boom So, dann machen wir mal die hier weg Äh, die machen wir hier zu krassen Demarsch So 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 Immer schön Fanks sagen Wenn Schwein kämpft gegen irgendwas da oben Ah Äh Äh Zack 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 Gescheiten Crit Ah Daaaah Daaaat Shit Ich bin richtig gestorben Kacke Egal Ich hab den Hexmeister gekillt Ich hab halt keine PvP-Skill oder gar nix Ich hab halt keine PvP-Skill oder gar nix Es brächt glaub ich für PvP eine schnelle Waffe Egal Tolle Stöße Irgendwie sieht's aus Wo stehen wir da? Da stehen wir nicht so weit glaub ich Zwei müssten wir haben Oder? Ja, zwei haben wir Könnenhafte Siege neun Bonus Ehre tausend Das ist ja nicht so viel Ja Gut Ja No Alter Mir geht diese Map so ultra hart auf die Eier Oh Ich muss die zwei Dinger hier skillen Äh Nicht skillen, sondern Ah, gehen wir nicht auf die So Fucken Schirke noch Okay Alles klar Das war dumm Hm Das war nicht sehr geil Ich muss die Karte deaktivieren Ich will hier zurück Wir sind hier so aufgeschaffelt Haben wir den? Ich weiß es nicht Wir gehen da, wir gehen da Ich glaub da wird gezerkt Ich seh schon Hier wird gezerkt Ah, fuck off Ich weiß es schon Das ist nicht so Ich weiß nicht Das ist ein Das ist nicht so Aber nicht если Ich weiß es nicht Hat es nicht so Wir gehen da Ich weiß es nicht Ich komm da Die Ich weiß es einfach Das ist ein Worry. Das ist ein Warrior. Ah, ich guck mal da nach oben. Guck, 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 guck. So. So. Au. Krasser Shit. Der macht Damage. Der macht Damage. Der macht Damage. So. Oh, fuck off. Haben wir das zu uns, Alter. So, welches Add-on fasst man kurz auf? Dungeon-Maps haben wir hier nicht. Haben wir da für Dungeon-Maps eine Twitch-App? Öffnen wir bitte die Twitch-App. Wenn wir schon mal dabei sind. Nicht Games, sondern Modes. So. Zack. Ich rette mal zurück. Vielleicht kriegen wir die Buffs raus. Hä? Oh. Oh shit, ich hab den Jump nicht geschafft. Jump! Irgendwas, glaube ich, ist hinter mir. Ich glaube, wir können hier nicht mehr großartig was abgeben, oder? Shit. Was braucht ihr? Kraft. Raus damit. Zack. So. So. Shit. Tooth-Stand funktioniert ja nicht. Egal. Ich hab die eine Quest abgeben können. Die gab uns ein bisschen Ding jetzt. Brr-brr-brr-brr-brr-brr-brr. Brr-brr-brr-brr-brr-brr-brr-brr. Oh, gib mal hier die Quest. Gib mal hier die Quest. Ich bin außer Reichweite. Das ist zu verlehrt. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Ja. Das lebt immer noch auf. Bumm. Diese schwulen Paladine. Dass man sich sowas traut zu spielen. Und dann schafft man da auch noch was. Eher mit dem Stuff. Ich will die scheiß Pets nicht. Wer damit. Haben die unseren Typen schon gekillt? Der ist schon tot, oder? Ja. Schade. Bumm. Bumm. So. So. Da kommt schon wieder Klackviech hoch. Das ist zu weit und schade. Fuck. Ich brauche halt Mana. Oh. Ich brauche Mana Mana. Ba-pie-ba-dee-ba- Mana Mana. Ba-pie-dee-boo. Ba-da-ba-da-bo-bi- Die-dee-bo-bi- Ba-ba-da-bau. Schade. Warum probiere ich das nicht totstellen? Das Blut kann ich unten abgeben für den Elementar, aber das bringt mir jetzt alles nichts. Das hat aber Verkaufspreis. Aber wir verteidigen das noch. Aber wir bekommen das alles noch verteidigt. Ja, shit. Ah, kommt er da. Da muss man rein. Ich glaube, da fighten sie. Ah. Schade, es kann ja mal funktionieren. Ich hätte den machen sollen. Oh man, Todstellen funktioniert ja nicht. Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss.